schaden genommen dadurch ja von hinten ist klar warum hat sinnvoll ist richtig nervig nächstes level alter ich hab einfach nächstes level bekommen weil du glaube ich den geschafft hast was ist das für eine komische puten aber sind dafür puten puten oh nein die können sich da rein sparen oder was alter was das hier hier die fette hier unten die sponsor puten ja schön habe ich gesehen alter was ist mit jeder falsch hier ja jetzt reicht sie ja aber wieder ohne die flasch hätten wir auch so geschafft ne doch stand oben über dir ne du arschkeige ich hab ja nichts gemacht ich hab gesagt wir hätten das so geschafft nein der hatte mal diese komischen dinge gespawnt hätten wir auch so geschafft ich kann nichts zielen und kann ich nicht zielen hallo warum kann das kann ich aktivieren aber zielen hallo weil ich das möchte ja weil darum deswegen sonst warum warum und drei ich wird jetzt geht's aber müssen einmal außen rum und hoch ich kann alter meine waffe ne ich wollte dich noch wiederbeleben das war meine eben dummer sack du bist ein arsch ja ich weiß wenn ich zu lange gedrückt halte dann macht er diese waffen kacke dann wählt er waffen aus hallo was muss bin ich schon wieder wo hast du das denn wo war das ding denn hier öffne doch einfach was ist denn mit dir jetzt falsch hier du weichteil boah gehst du mir auf den pille mann hier nimm liebes fette mit meinem brandklepp was ist mit euch beiden denn falsch kommt jetzt wieder zurück oh nein verraten die wichser weil sie bei dir dich haben sie im target nicht wirklich die rennen immer weg deswegen pinnats sind ey arschgeigen blöden piss cock-dinger ich habe sie ins gehirn gekackt na da wabwam da ist wieder am kaut naBoom hörruh ach aparece mann sie haben die in das gehirn gekackt ne hall Croando gerade ha vill Umso weiter du rennst, du Affe, umso mehr spawnen, du Piss. Gar nicht! Guck mal, ich bin hier! Ja, guck mal, da hinten. Wo? Umso näher du ran rennst. Wo ist denn da einer? Da hinten. Spotze. Meine Güte, der da hinten, der kann doch da hinten bleiben, der kommt nur näher. Guck mal, lass ihn ruhig näher kommen. Weil ich ihn angeschaut hab, deswegen. Lass ruhig ganz nah kommen, du schießt ihn da immer weiter weg. Ach so ruhig. Ich warte dann, bis er kommt. Oh, wie behindert der ist? Der weiß doch gar nicht, was sein Leben ist. Ich hatte eine Faust. Jetzt kommt er wieder, ne? Hier, nimm einfach das. Bing, level up. So. Ähm. Oh, da kommt der nächste, freiwillige. Wow. Ist, äh. Ist, äh. Dann geht noch mehr. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh. Der war gerade hier. Naja. Schön. Da gibt's Moni. Da gibt's Moni. wä? oh oh Oh, ein Boss Und das ist der, der weiß Ab, pardon Waa? Iiiie ohohohohoooo ohohohoho Was? Du musst das halt.. du bist nämlich schon so weit nach vorne gerannt, deswegen ist er eben gekommen Alter Na ja, so wÉffem Boss ist das nun auch nichts aber der haut rein egal ja aber das wort genug und was machst du das darf war ich nicht da wird ja vor mir ist ganz auch weitergehen gestorben wozu machen darauf habe ich auch schon gemacht ja ich habe keine habe ich auch nicht mehr ich habe alle zu verpfeffert ja hier weißt du was das problem ist an der tür das ist an der tür ich bin tooooot tschuss was ist das für ein fetter fetter gegner Mist wie muss man erstmal erledigen glaube ich ja klar man muss das erledigen sonst portell die dinger wie ja wie weiß ich nicht ey der spawnt haufenweise hast du es schon wieder geschafft was von dem Mistdinger zu killen ja musst du irgendwann drauf gehen ich ja wieso willst du dann nicht drauf gehen hä weil ich es lustig finde das ist weil die tür schießt hier nimm einfach die scheiß fetten granaten in deinen dicken bauch rein und friss die komischen schrotflinte und weißt du nimm doch mal ein claptrap rein hier kommen alles du kriegst jetzt alles in dein gesicht ist weg so Mann meine meine dubstep bombe ja schön du stirbst gleich ist mir aber egal scheiß ne he 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 sterbe nicht juppa das ist das problem ja die haben gerade so ein bisschen angeschossen aber ich muss hier weg gleich mal von meiner fähigkeit rein auf die krieg was schönes mini trap hi 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 ist ein down nein 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 fuck war knapp ey du hast doch geschafft ha hast doch geschafft ja oder nicht ey bei mir hat er gerade noch gesagt dass du hier warst oh lad nach lad nach danke ich bin korrekt hier 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 ich bin gerade am rennen und du Spasti musste das sein ich kann nix dafür ich musste leben haben ja ja deine mutter musste leben haben ich bin leck und ich darf er denn eine ganz gage aufgekommen okay doch was ist immer für dinge raus hat oh geh down hau an kopf hau an kopf hau an kopf komm ich will da weiter leben danke war das erste ding hab ich platt gemacht eben die du mal weiter als schutzschild bis ich alle erledigt lasse oh hau ab von mir du weißt dass du mir auch schaden zufügst mach ich mir nur selber mir aber auch jetzt sind wir jetzt die beiden kackköpfe hier da ist noch einer betritt die kammer den hau ich jetzt hier schaden ein der schock wichser na komm geht down danke ok mit der geht es ganz gut so betritt die kammer ab rein da yolo kapolo tschüss du bist ernsthaft gestorben ne ich hab gesagt nicht runter springen ok erst gucken nur munition oder hintenwerfer 3000 vielleicht kleiner du gehst in ne hm na gehst n weg danke danke ich war es nicht du gieriger wie kommen wir jetzt da hoch eigentlich äh erstmal erst hör er das da entgegen rum das ist richtig wie sollen wir da hoch kommen wenn ich glaub wir müssen irgendwo höher erlaufen d jong ich